Musik Musik Mein Partner hat an diesem Gewinnspiel teilgenommen, und ich bin sehr dankbar, dass er mir diesen schönen Abend und auch diese tolle Reise mit ermöglicht. Wenn einer sagt, Kollam ist ja nur Meer und Käse und Aude Genever, dann halte ich es mit verkochen. Dafür habe ich kein Ohr. Ja, ich kenne den Jürgen Becker. Von den Mitternachtsspitzen, die er auf WDR 3 moderiert, finde ich immer sehr schön. Ich mag sehr Van Gogh und vor allem dieses berühmte Bild, die Terrasse, fand ich toll im Live zu sehen. Das Spiel der Farben, das Blau mit dem Licht. Ich fand aber auch ganz toll den Skulpturengarten und da ganz besonders der Baum, der auch tatsächlich im Wald, mitten in der Natur steht, der inszeniert wurde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ist überhaupt Kunst? Kunst ist alles, was von Hasenkamp transportiert wird. Ich danke Ihnen. Applaus Ich bin Мосbücü. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Danke Wац. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020